Es war einmal, Dornröschen, gelesen von Kevin Costner. Und der Prinz erblickte das schlafende Dornröschen und war wie verzaubert von seiner Schönheit. Man ist doch ein Perik. Er beugte sich zu ihr hinab und küsste. Moment mal, das geht doch nicht. Er hat nicht einmal einen Mundschutz auf der Coyone und dann will er sie küssen. Und außerdem sind sie hundert Jahre lang nicht gelüftet. Massamart. Jetzt hat sie hundert Jahre lang geschlafen, jetzt warte halt noch ein paar Monate, Coyone. Dann kannst du sie wachküssen und mehr auch noch, du Anfänger. Aber das ist kein Principe, das ist ein Principiante. Was hast du wohl wach? Das wäre genau das Gleiche, wenn wir bei der Maratona bei Kilometern 38 sagten. Nein, jetzt sind wir müde, jetzt rennen wir wieder rum und rennen wieder zurück, 38 Kilometer. So blöd kannst du jetzt sein, oder? Nein, das brauchen wir schon noch, die letzten Kilometer machen wir auch noch. Und dann haben wir am meisten kommen, prima. Dann können wir wieder ein Fest einmachen. Jetzt durchhalten. Abstand. Hygiene. Maske. 2. 9. 10. 11.